Hi. Guten Tag, und da sind wir auch schon wieder. Hallöchen Leute, ich bin natürlich auch wieder dabei. Und ich würde sagen, das große Gruseln kann weitergehen. Ja, können wir gerne machen. Ich habe gerade schon mit dir besprochen, also mir gefällt das Spiel richtig gut. Mir auch. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal vor. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Ach du Scheiße. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Erstens, eine Erscherung. Zweitens, Vernichtung des Kopfes. Wie schon besprochen, ne? Siegen Headshot, auch gut. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Gibt keine weiteren. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im ersten Stock des Hauses gelagert. Nehmen sie so viel, wie sie brauchen. Und sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen sie selbst finden. Das Feuerzeug, das hat er. Das ist der einzige Vorteil, den er hat. Und das damit, darin tue ich das Kerosin oder Benzin für den. Treibstoff kann ich da mitnehmen, aber sicher. Genau, aber die Frage ist, habe ich dafür immer Platz? Verstehe das ich mal. Ich muss abbiegen. Was nehme ich mit? Was lasse ich da? Was ist denn noch? Was habe ich denn mitnehmen? Ach, er ist erst Silverspray. Ich nehme das cool Kaut mit. Das Silverspray ist zu wertvoll. Deine Schüssel nehme ich. Blaue Edelsteine können sich auch helfen. Entschuldigung. Klar, klar. Ich nehme mal das Ding mit. Also ne, wobei, noch nett. Noch, dass ich es da. Noch sind es keine solchen Zombies, dass ich es bräuchte. Ich fühle es aber mal. Fühlen kann ich es. Hier dran. Soll es das Benzinvorrat? Geht auch irgendwann aus? Guck. Oh, die Hälfte. Jetzt habe ich auch zwei volle, also zweimal kann ich es benutzen für zwei Leichen. Hier setze ich das erst mal da. In Atmung. Ich gehe jetzt vollkommen unbewaffnet raus. Nein, ich habe nichts mehr. Das hat keiner geknifft. Ach stimmt, die Knifft ist ja leer. Scheiße. Exakt. Das heißt, wir haben nur noch das Messer, um uns zu verteidigen. Oh, shit. Oh, da hast du kassiert. Aber du bist weggekommen. Ja, ich muss es kassieren. Ich habe nichts mehr, mit dem ich mich verteidigen kann, wie gesagt. Als Chillett ist jetzt schon die Schotflinte. Okay, wo wollte ich jetzt nochmal hin? Genau nochmal zurück ins Badezimmer. Tür war frisch. Ich muss jetzt schnell durch, weil kämpfen kann ich nicht. Wartet da jemand auf dich, setzt alles ruhig. Bis jetzt ist alles ruhig. Niemand da. Ich will auch nur hier rein erstmal. Und unser altes, schönes Zimmer. Mit einem guten Freund. Oha. Ich will hier noch schnell was holen. Ich bin gleich wieder weg. Alter, Schlüssel mitnehmen, aber sicher. Und wieder weg. Und tschüss. Haha. Scheiße. Bin draußen. Keine Sorge. Schön ist, wenn die Zombies irgendwann anfangen, die Türen aufzuschlagen. Echt? Das geht nicht. Das gibt es noch. Also es wird immer schlimmer. Voll cool. Ja. Also du kannst dich tatsächlich auch mal ein bisschen Zeit erkaufen, um dir mal eine Tür zu machen. Dann machen die dir aber auf. Ja. Sehr geil. Also das ist schon echt spannend. Das ist viel liebe in Detail, ja. Hör mir diese Türen ziehen. Die haben sie gar nicht nötig. Aber machen sie trotzdem. Oh Gott, hier sind Hunde. Ja. Oh, die Hunde, ich hab' den Intro gesehen, dass die auch ganz schön grausam sind. Ein rostiger Karren, er ist in Efeu verhärtet und wird sich wohl nicht bewegen. Vor allem, wie creepy das klingt, obwohl es eigentlich nur ein alter Karren ist. Benzines, hier haben wir den Roßkraut. Tatsächlich ist es ein Roßkraut. Jawohl. Also gut, für alle, die es nicht wissen, Rotes und Grüneskraut ergeben. Mega Heilung. Hier gibt sogar noch Roßkraut, das kennt Axel Fleisch gar nicht. Ja, das kenne ich auch. Die Heilvergiftung. Oh, vergiftet es auch. Also hier sind die, ich muss hier später eh nochmal hin, wegen dem Dung. Alle sind sie, aber sie können uns nicht erreichen. Haha, ihr komischen Hunde, ihr kriegt uns nicht. Das ist sogar eine Pflicht, also da muss man hin, sogar wegen dem Dung. Wegen dem Dünger. Wegen dem Dünger? Für später, ja, um Zombiepflanzen zu töten. Okay, also... Hört sich erstmal lächerlich an, aber... Ich wollt's grad sagen. Das hat seine Sinnigkeit, keine Sorge. Hier war... Oh, shit. Oh, fuck, ich hab mich noch voll lustig gemacht, eh, weil die uns sicher reißen können. Die scheiß Biester sind schlau. Naja. Aber ich muss da nicht, hab... Heilen ist nicht... Ich muss mich wirklich beeilen, ich muss mich wirklich beeilen. Hast du Kniftenmoni haben wir nicht? Nix, deswegen ja, aber ich muss sie da drin holen. Oh, shit. Renn, renn. Nein! Was war das denn? Das ist ein Sprutz, dumm, deswegen. So, okay, okay. Danke, dass du uns die Chance gegeben hast, du scheiß Güter. Du wirst wartet noch, bis wir nachgeladen haben. Ne, ich hau ab. Okay, ist das vielleicht eine gute Idee. Jetzt lade ich schnell nach. Ah ja. War nur halb so aufregend. Und, Donald, Köthas. So. So, zweite Rolle will ich sagen. Ich geh jetzt nicht mehr rein. Ich muss... Darfst du den Muni auch nicht verschwenden? Immer so wenig. Das stimmt, ja. Gut, wo waren wir jetzt noch nicht? Wir könnten's da in dem einen Raum probieren. Ich spoiler so viel. Hier drin ist nur die Schrotflin, die kann ich momentan noch nicht holen. Wäre ich chill, könnte ich sie jetzt schon holen. Warum kriegen die Frauen immer den leichteren Plan? Immer ist es natürlich schwierig ausgedrückt, ich weiß. Ich möchte jetzt auch nicht als Sexist drüber kommen, aber... In dem Spiel ist es schon so. Ja, das stimmt. Ich muss sogar... Axel, du wirst dich freuen, ich muss dich in den Saal zurück. Durch welchen Saal? Den Hauptsaal. Mit deinem Freund. Ach, den Hund, no shit. Es sei denn, Sekunde, Mann. Ist natürlich auch ge-weef, dass man hier so gucken muss, wenn ich hier lang gehe, dann wartet das scheiß Vieh auf mich. Wenn ich da lang gehe, nur das scheiß Vieh. Nur. Na egal, komm, ich probier's mal mit dem Raum. Ich weiß grad nicht mehr. Na egal. Ja, probier's einfach mal, ne? Was haben wir zu verlieren? Nur das Leben. Nur das Leben, ja. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Sonst noch was? Ich bin grad total desorientiert. Der Edelstall. Oh, mein Gott, du hast recht. Nee, ich könntest du nicht machen. Slam Hoffnung, drauf geschissen. Das Geld, oh my God. Das Geld ist ganz wichtig, ne? Hier drin ist auch noch unser guter Kumpel. Der gegen den schon 2.0. Ja. Einspritze. Und da war das schon der von uns, aber er war zu langsam. Und noch einer. Und noch einer. Er wollte mich da verarschen. Also, oh, 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 sehr weh. Und das war mit 2 Schuss sogar, nicht schlecht. 2 Schuss. 2, wirklich zu. Ich glaube, es waren 2 Schuss. Und das waren vielleicht 3. Ich hab das nicht genau mitgezählt. 3. 3 waren's. Weil mich das ein bisschen überrascht hat, dass plötzlich 3 Zombies da waren. Das jeden Weg versperrt. Wenigstens hat er einen Headshot gekriegt. Das war ein bisschen asozial. So jeden Fluchtweg einfach abgeschnitten. Ich hab immer eins mit Sicherheitshalber, oder? Ich hab noch eins. Ich hab noch oben rot-grün. Das heißt, komplettes Leben. Ein leerer Kamin. Jo. Gut, das war jetzt wichtig. Oha. Da hat sich wieder was rausgehört. Ein helles Symbol. Ein helles Symbol. Hier drin ist, glaube ich, noch nichts, weil das ist Kraut. Ne, da gehen wir wieder. Zu unseren Freunden. Der Sonne. Da sind noch zwei übrig, ne? Ja, da sind noch zwei übrig. Aber mit dem unten müssen wir uns nicht anlegen, nur noch mit dem oben. Gibt es irgendeine spezielle Möglichkeit, wie man besser Headshots verteilt? Du musst ihn da rankommen lassen und noch den Kopf ziehen, aber das ist sehr, sehr schwer. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich? Ich bin so nicht zugemacht. Ein Schuss, ein Treffer. Mit welchem Schlüssel war das jetzt? Das war nur aufgestoßen, praktisch das umgedreht von innen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Hau den Dolz rein! Ich habe leider keinen mehr. Hast keinen. Guck, sie ist erst gesehen. Die Hormel ist auch schon durch die Türen. Oh, shit. Ich dachte, die müssten erst aufbrechen. Oh, der geht nicht so gut. Alles klar. Sehr gut. Ist das grünes Kraut macht von rot zu gelb und zu gelb zu grün und das andere macht einfach alles? Ja, gut. In dem Spiel ist es noch, es gibt rot, blau, grün. Was ist blau? Blau ist gegen die Vergiftung. Okay, okay. Ähm, rot ist Verstärkung und grün ist heilen. Gut. Und, ähm, das bedeutet im Großen und Ganzen... Nicht gut. Nee, aber, ähm, also noch mal. Die Hundefall wird nämlich mal mit. Eine zur... Oh, ein zerknütteltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im zweiten Stock an der Westseite der Terrasse und er hört auf, die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an dieses verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollt, nicht wahr? Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Toadman Jetzt nochmal ganz kurz zu der Kräuterlehre. Es gibt grüne Kräuter zum Heilen, rote Kräuter zum Verbessern und blaue Kräuter zum Gegengift. Du kannst grüne mit grünen mischen und grüne mit roten und rote mit blauen. Das bringt aber nichts, weil du es nicht einnehmen kannst. Du kannst einfach noch ein grünes dazugegeben und dann kriegst du ein graues Gemisch und das heißt einfach alles. Komplettes Leben und Vergiftung. Aber das rentiert sich vermutlich nicht so, oder? Selten. So ein Ding immer dabei zu haben ist okay, aber du kannst auch ein Herz-Ziliferspray im Blauskraut benutzen. Und haben sie die in weiteren Resident Evil Teilen wohl die weggelassen. War vielleicht zu kompliziert. Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Ich erkläre es gerade noch und nenne es. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzenheilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arclay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut interessiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch mit dem grünen oder dem roten Kraut beigemischt? So verstärkt es deren Wirkung. Was, wenn zwei rote? Nützt nichts. Aussagen zur Wirkung des roten Krauts in Mischung mit anderen Kräutern können erst nach dem Sammeln weiterer Daten gemacht werden. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren. Denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrungen erworben. Ja, hau dir im Hack heute rein. Ja, den Stoff wichsen, he? Ja, natürlich. Das blaue Zeug ist natürlich etwas teurer als das grüne. Da sind Bücher, wie man unschwer erkennen kann. Die Seiten sind leer, warum auch immer. Sind auch leer. Spam gerade ein bisschen die Tasten, falls ihr das hört. Das möchte ein bisschen spammen. Da dürfte aber auch nichts mehr drin sein. Das muss noch nicht. Oder doch? Doch, hätte ich noch. Oh ja, okay. Das haben wir mit. Sehr gut. Okay, sehr gut. Aber nachladen ist nicht möglich, ne? Ach doch. Okay. So kann man Resident Evil halt nachladen. Schon geil. Richtig geil. Jetzt gehen wir zu unseren Freunden, Axel. Freust du dich? Nicht wirklich. Ich auch nicht. Hey, buddy. Na gut, mach so weiter. Mach so weiter. Vielleicht durchbrichst du irgendwann die Wand, ne? Oh shit, der ist ein bisschen schlauer. Ja, da kommt's verpisslich. Oh shit. Da sieht man schon den Schatten. Zerbrochen, das Taser-Wies oder was auch immer das ist. Ein Rüstungssymbol. Also Helm, ein bisschen Schwert und Rüstung. Genau. Schön wie es an den Kameras ist, du hast keine Ahnung, was direkt dahinter kommt. Weißt du das schon mal? Aha. Ach, Schwertschlüssel. Da ist der Schwertschlüssel, sehr schön. Wie geht es weiter? Jetzt müssen wir die Karte checken, probieren wir mal die Tür da unten. Die Tür ist verschlossen, Rüstungssymbol. Ach so, es ist ein Bär-Rüstungssymbol. Rüstungssymbol. Genau, es gibt mir auch mehrere mit dem Schlüsselsymbol und so weiter. Was gibt's hier auch? Finde ich gut, dafür muss man wenigstens nicht für jede Tür einen neuen Schlüssel finden. Das wäre ein bisschen assi gewesen. Das stimmt. Es ist ja schön, wenn man verschiedene Schlüssel braucht, aber wenn man es irgendwann mal gebaut hat und nicht direkt die Absicht hatte, dass da mal ein Horrorhaus draus wird. Naja, also ich so was nicht gedacht, ne. Glaube ich nicht. Weißt du, dass das Haus gehört? Ich weiß, wie es gehört, aber ich würde es spoilern, also Story-Spoilern, wenn ich es erzählen würde. Okay. Du wirst jetzt noch mit mir vorstellen. Dieses Haus erwangt sehr viele Geheimnisse. Ja. Ich kann das sicher noch zeigen. Ja. Sie haben den Stärzlüssel so geheimnis. Hab ich gut gemacht, oder? Kannst mich schon mal loben. Ein bisschen was. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Lass dir der Bummler zu Kopf steigen. Ich doch nicht. Niemals. Niemals. Scheinste Mensch der Welt. Was will der denn jetzt? Der will mal hallo sagen, Mensch. Oh shit. Hopp, geh rein. Oh, scheiße. Kann man dir jetzt an der Nase umführen, richtig schön. Ne, leider nicht. Leider geht es nicht im Kreis. Ah. Gehen, oder? Ach, das geht nicht im Kreis. Komm schon. Boah. Okay, der kippt jetzt um. Drecksfu. Der kippt nicht um. Du hast dir wohl aufgefallen. Du bist ein Prinzessin. Hast du ihn aufgefallen? Hopp, jetzt kippe, warum? Ach, das ist doch ein Witz. Oh Gott, noch ein Treffer und ich bin tot. Und was tun wir dagegen? Also, haben wir... Nee, Kraut haben wir nicht. Scheiße. Ne, haben wir nicht. Gut, also in Zukunft kämpfen, ausweichen. Ja, noch gibt es keine... Oh shit. Das Spiel hat mich schon mal gesavet. Du werdet gleich sehen, warum. Musik. Ah. Was sieht doch noch im Arzneischrank aus? Kann man da irgendwas nehmen? Ja. Also es wäre auch schön gewesen, wenn es so Orte gibt, wo man sich komplett heilen kann, ohne irgendwas zu verbrauchen. Gibt es, es gibt es im Spiel. Achso, okay. Ich speichere trotzdem sicher selber mal ab. Wie Minuten haben wir, Axel? Wir sind bei 16. Ja, dann sage ich mal, hier beendet der Part, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, Part... Ich speichere nur noch ab, so wie immer. Richtig. Aber genau, wir machen mal speichern, genau. Dann kann es im nächsten Part direkt weitergehen. Genau. Und dass wir Zeit mit speichern verschwinden. Okay, ich würde mal sagen, wir haben das dritte Mal gespeichert. Ja. Und bald beginnt der dritte Part. Jetzt bin ich auch dafür. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und... Geht nochmal an die Karte. Ja. Ich ström' schon. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann, Leute. Tschüss.